Dieses Mal hätten wir es beinahe gepackt. Oh ja, aber knapp daneben ist auch vorbei. Entschuldige, wie es hier aussieht, 99. Schon okay, Jungs. Netter Versuch. Wie wär's, wenn wir zwei hübschen jetzt... Als ob du schon mal eine kennengelernt hättest. Hört mal, macht euch keine Sorgen. Glaubt mir, die meisten Klone bestehen. Ja, aber eben nicht alle. Stimmt's, Kurzer? Schluss damit! Hört zu, Männer. Als ihr mir zugeteilt wurdet, hatte ich große Hoffnungen in euch. Selbst diese billige Charge 99 hat mehr Grips als ihr alle zusammen. Und er ist nur ein Wartungsklon. Sie... Sie glauben zu wenig an sie. Ich habe gleich gesagt, dass das passiert. Wir haben schon genug Zeit mit diesen Verlierern verschwendet. Ihr Versagen ist unser Versagen. Ich habe General Sharkti darum ersucht, dass die Domino-Einheit den Abschlusstest wiederholen darf. Wieso bemühen Sie sich so sehr um sie? Wieso tun Sie das nicht? Ich bemühe mich nur um einen Gehaltscheck. Eine Schande, dass Ihr Kopfgeldjäger das nur als einen Job seht. Eher als eine unlösbare Aufgabe. Diese Kadetten werden die besten Soldaten, die wir je hatten. Ich vertraue ihnen. Vertrauen? Also, das darf doch nicht Ihr Ernst sein, Elis. Wir sollten Sie als besondere Herausforderung sehen, Brick. Sie sind nichts weiter als Versager. Außerdem habe ich bereits beantragt, dass Sie zur Putze- und Wartungstruppe kommen. Zur Meer sind Sie nicht zu gebrauchen. Heavy? Wo willst du denn hin? Raus! Hau ab hier! Das ist unerlaubtes Verlassen. Ist dir das klar? Leg dich wieder schlafen, 990. Das hier geht dich nichts an. Aber das kannst du deiner Einheit doch nicht antun. Meiner Einheit? Wir sind nicht mehr als ein lächerlicher Haufen Versager. Na, so wie du. Ja, aber wie sollte ich kein Versager sein, wenn ich nie meine Chance bekommen habe? Eine Chance, die du einfach wegwirfst. Du versuchst immer, der Einzelkämpfer zu sein. Heavy, es ganz allein zu schaffen. Aber wie wäre es, wenn du es einfach akzeptierst, dass du noch ein Team hast? Weißt du, so etwas hatte ich nie. Aber du brauchst sie. Und sie brauchen dich. Warum eine so schwere Last ganz allein tragen? Wenn du doch Brüder hast, die dir zur Seite stehen, Heavy. Heavy, hör endlich auf, mich so zu nennen. Wir sind nur Nummer 99. Nur Nummern. Nicht für mich. Für mich? Hattet ihr immer einen Namen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt bestanden. Nächster Halt, Ark-Soldat. Zuerst sollten wir vielleicht noch ein paar Schlachten schlagen. Du hattest recht, weißt du? Und zwar mit allem. Ich hörte, du warst ein toller Anführer da draußen. Kein Anführer. Wir sind ein Team. Wir alle zusammen, 99. Die Armee kann froh sein, dass sie einen Klon wie dich hat, Heavy. Nicht so froh wie ich bin, dass ich einen Bruder wie dich hab. Tja. Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Heavy geht fort und 99 bleibt hier. Oh, wir werden uns garantiert wiedersehen. Wie sonst sollte ich den wieder von dir zurückbekommen? Du hast ihn verdient. Du bist einer von uns. Und ob ich das noch weiß. Hey, 99! Echo, Fives. Du hast uns also noch nicht vergessen. Ich, ich vergesse keinen meiner Brüder. Ist, ist Heavy hier? Wo ist er? Oh, ich, ich verstehe. Das ist ja, Havis Orden. Und wieso seid ihr zurück auf Kamino? Na dann, wie kann ich helfen? 99, mach das so weg auf. Nein. Hier ist es jetzt zu gefährlich. 99. Ich, ich bringe euch noch Munition. Gibt es einen besseren Platz als den hier? Sollen wir eine andere Position suchen. Passt auf, Ruiden! Da, Granaten! Danke, 99. Gute Arbeit. Achtung, da sind noch mehr. Kadetten, was macht ihr denn hier? Wenn die Separatisten gewinnen, bedeutet das den Tod. Für jeden von uns. Der Kadett hat recht. Was sollen wir jetzt tun? Wir kämpfen. Seht euch um. Wir sind doch alle gleich. Das gleiche Herz, das gleiche Blut. Euer Training ist in eurem Blut. Und mein Blut pulsiert für diesen Kampf. Das ist unsere Heimat. Das ist unser Krieg. Die Waffenkammer. Sie ist nur ein paar Flure weiter runter, hier in der Kaserne. Ich kann alle Schusswaffen herbringen. So viel wir brauchen. Also, wer will ein paar Druiden wegpusten? Hier ist es. Alles, was wir brauchen, ist hier drin. Hervorragende Arbeit, 99. Beheilt euch. Die Druiden sind gleich bei den Kasernen. Gehen wir in Position. Das ist die letzte Commander. Die muss sitzen. Ich hole Nachschub. 99, das schaffst du nicht. Ich bin ein Soldat, so wie ihr. Dafür hat man nicht gemacht. Wir haben einen wahren Soldaten verloren. Er war in der Tat einer von uns.